Das runde weiße Gebäude in Lüben ist das Musiktheater. Es beherbergt das Nationalballett und die niederländische Oper. Die Branche, die wir gerade besitzen haben, ist der Blaubrück, oder Blu-Bridge. Er ist inspiriert von der Fort Alexandre III in Paris. Links, im Haus Nummer 436, dem großen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, befindet sich der Justizpalast. Die Krachten sind circa drei Meter tief und dienten hauptsächlich als Transportwege. Zusätzlich waren die Krachten eine gute Beteiligungsangabe. Die Gesamtlänge aller Krachten beträgt ungefähr 100 Kilometer. Ausverdamm hat mehr als 1250 Brücken. Bestimmt 500 davon, vor allem die hohen Brücken, stammen noch aus dem 17. Jahrhundert. Überall an den Krachten sehen Sie ein Licht und das Gelände. Das verhindern soll, dass die Autos ins Wasser rollen. Die Feuerwehr musste so oft Autos aus den Krachten fischen, dass es billiger war, entlang den 100 Kilometern Krachtenufer ein kleines Gelände anzubringen. Der nächste Stopp ist am Reichsmuseum. Der nächste Stopp ist am Reichsmuseum. Der nächste Stopp ist am Reichsmuseum. Als privatierende Inhabitanzin sind zurück, die leben in den historischen Ring der Kanalen, es ist eine relativarvolle Industrie in Amsterdam. Die meisten Arbeit in den Servicesen oder im Finanzsektors, Tourismus und Banking. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020